Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Daily hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht wieder, selbes Outfit. Ich habe wieder bloß die Kamera an und ausgemacht. Heute bin ich vorbereitet. Wir haben Dienstag, den 9. April, damit ihr mal so ein ungefähres Gefühl habt. Und ich stand gerade in der Werkstatt und habe die Wicklung für die liebe Denise gemacht. Genau. Und ja, ich bin so weit, dass ich 1500 Meter in Weiß gewickelt habe. Dreifach. Dreifach natürlich. Dann gab es süße Knöpfchen, die habe ich mir auch schon verpasst. Ja, ihr seht nicht viel, ne? Ja, es sind halt Holzknöpfe, die sie sich ausgesucht hat. Ja, Bommel möchte, dass ich rauskomme. Ich komme gleich. Und dann gibt es noch Uschis Wunschbobbel. Das sind 900 Meter vierfach. Ja, das ist einfach nur Sonne. Verläuft in Orange. Ganz einfach. Und den hat sie sich zweimal gewünscht. Ich habe ihn zweimal gewickelt. Da ist er. Damit ihr das auch mir glaubt. So. Dazu gibt es noch 400 Meter Sonne. Sehr schön. Und was noch fehlt, ist die Sonnenblumendecke. Also die Decke Sonnenblume. Die reiche ich euch später nach. Die seht ihr nachher oder im Anschluss oder ich weiß noch nicht, wann ich die Kamera anmache und wann ihr das denn seht. So. Und jetzt gehe ich raus, weil der Bommel, der wartet schon, dass ich rauskomme. Ja, eine kleine Pause. Ich denke, ich stehe seit um sieben in der Werkstatt. Jetzt ist es um zehn. Ich kann mal rausgehen. Ach so, und neue Bobbeln zeige ich euch irgendwann. Wenn ich euch die Decke von der Denise zeige, zeige ich euch auch die neuen Bobbeln. Genau. Bis später. Bis später. Bis später. ihr habt dann noch mal gesehen was ich auch noch zwischendurch mache sind ja diese kärzchen beschreiben wir bestellen ja immer diese leeren ja das ist das visitenkarten sind hinten der die kann ich beschriften wie ich das mag und das ist ganz praktisch und ich stanze immer mit einem lochstanzer ich hatte auch ein kürz stanzer davon hat drei stück die nicht durchgehalten mit dem herz stanz aber nicht super zufrieden dann hat er ja gesehen die hand wechsel der sich so hier aus und damit kann man ein herzchen stanz in übrigen achtung bommel ist in der wochenend haus eingezogen vielleicht hat das gesehen auf der kamera ich weiß nicht ob man was man gesehen hat ich mache noch fleißig weiter mit meinem kärtchen und wir sehen uns später ein bisschen später ich weiß gar nicht wie viel video material ich gestern produziert habe für euch ja ich habe denis ihre decke noch fertig ihr wisst ich habe euch ja das halbe paket schon gezeigt da fehlt noch die sonnenblumen decke und die habe ich jetzt fertig warte und wir fangen an also sonnenblumen viermal 1000 meter vierfach sieht so aus hängt mit dem braunen kern an bauble nummer eins bauble nummer zwei sieht so hier aus und bauble nummer drei geht dann langsam ins grün und das ist tatsächlich eine bauble deckenwicklung die milliard endet das heißt da ist die letzte bauble und ihr seht die endet mediert das heißt wenn ihr da was nachordert braucht ihr frosch und kiwi aber wenn ihr mir schreibt sonnenblume dann weiß ich eigentlich bescheid weil ich habe ja meine rezepte das heißt zwei großbestellungen habe ich gestern geschafft ich weiß nicht ob das gut ist oder ob das schlecht ist ja egal ich verpacke jetzt alles und dann geht es auf die reise für euch ist das video für heute beendet ich hoffe das video hat euch wieder gefallen ich freue mich über däumchen kommentare und abos und wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen folge hier am morgen ist auch wieder ein bisschen mehr arbeit